Robert, nach 18 Monaten endlich wieder Inner Circle hier in der Wrestling Academy. Wie sehr freust du dich darauf? Ja, 18 lange Monate haben wir hier in der WXW Wrestling Academy keine Wrestling Shows mehr abgehalten. Weder Inner Circle noch Academy Shows. Dementsprechend freue ich mich, dass es jetzt endlich wieder soweit ist. Man hört es vielleicht auch im Hintergrund, gerade läuft noch ein Trainingsseminar mit Akira, worüber ich mich sehr freue, dass das stattfindet. Sorry. Meine Fresse, wieso dauert das? Norman! Robert. Ja, willst du reinkommen? Ja, ich zieh mich mal um, okay? Ja, mach was du willst. Du kennst ja die Räumlichkeiten. Komischer Typ. Ja, sorry. Also, wie gesagt, Akira-Seminar. Bin ich sehr froh über die Verpflichtungen. Was denkst du denn, dass du hier auftauchen kannst? Ja, guck nicht so blöd. Du kannst dich im Auto umziehen, ist mir vollkommen egal. Aber in meine vier Wände kommst du hier sicher nicht mehr rein. Also, Tisch ab! Nichts! Ich bin aufz 괜찮아. Ich bin so aufgeben. Ich bin so fröhlich. Und ich bin so am bei dem Nivea. Das ist dieá. Ich bin so am Räunlichkeiten. Und ich bin so ein Räunlichkeiten gewesen. Ich bin so am Räunlichkeiten. Ich bin so am Räunlichkeiten. Ich bin so am Räunlichkeiten. Ich bin so am Räunlich wo du diesmal. Und ich bin so am Räunlichkeiten. Bis zum nächsten Mal.